Bayern ist eine Weltmarke, Bayern ist ein Premium-Land und Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Also auf geht's. Okay. Tief in Bayern wohnt der Horst. Grüß Gott. Ein Hinterwäldler-Populist, der ziemlich baller-baller ist. Dicke Eier wie der Strauß. Für ihn ist immer Stammtisch, er haut gern einen raus. Der Horst ist nur mittelschwer beliebt. Der Horst denkt, er wär der geilste Typ. Grüne findet er voll krank. Dabei hat er selbst nicht alle Trassen im Schrank. Wenn der Kretschmann sich beschwert, grenzt der Horst ganz einfach wie ein Honigkuchenpferd. Aua, Horst ist nur mittelschwer beliebt. Voll Horst, der mit Pfeifen sich umgibt. Der Horst weiß, ein Flüchtling kostet Geld und sagt, Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt. Das hab ich irgendwo schon mal gehört. Richtig bei der AfD und bei der NPD. Was hast du denn dazu? Ich sag jetzt gar nichts. Ich geh jetzt ins nächste Bierzeit. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Vielen Dank.